Urdhva-Kukutasana ist die obere Hahnenstellung. Kukuta heißt Hahn. Urdhva-Kukutasana ist die gleiche Stellung wie Padma-Kakasana, Padma-Bakasana. Bringe deine Beine in den Lotus, gib die Handflächen auf den Boden und dann bringe ein Knie auf einen Oberarm und das andere Knie auf den anderen Oberarm. Das ist dann Urdhva-Kukutasana, die obere Hahnenstellung. Eine Stellung, die viel Gleichgewicht erfordert und starke Bauchmuskeln.